Der neurotisch zwanghaft gestörte Frank mit Putzfimmeln und allem drum und dran. Also man erinnert sich ein bisschen an Dschungelcamp und Hanka bei der Nummer. Frank vs. die Taube und das Thema ist Sicherheit am Arbeitsplatz. Und das ist wirklich eine richtig geile Nummer, richtig lustig. Und dass man hier sozusagen einen deutschen Aufsprecher oder Aufsprecherin mit drin hatte, top sozusagen, also Wahnsinn. Es war wirklich total lustig und das Lustigste war nicht das mit der Taubenverschwörung, das war richtig geil, aber es war wirklich spielerisch geil umgesetzt. Die Puppe sah auch geil aus, die ganzen Utensilen und so. Und dann wie so ein Sauberkeitsfimmeltyp gegen so eine Flugratte, also so eine Taube. Das ist echt gut durchdacht, wirklich gut überlegt und wirklich witzig und lustig. Also meines Erachtens nach war das eigentlich so im Sinne von, was man eigentlich von so einem Puppenspiel erwartet, was ja lustig und komisch sein soll und gut gemacht sein soll. Das war wirklich richtig Puppenstars, richtig gute Nummer und eigentlich in dem Sinne die beste Nummer des Abends, jedenfalls bis zu dem Punkt. Wobei man sich auch fragen muss, naja, die kommen aus New York, wo haben die denn da von der deutschen Puppenstars-Sendung gehört? Ich würde eher behaupten, Puppenstars hat die angeschrieben, so nach dem Motto, könnt ihr nicht mit eurer geilen Nummer vorbeikommen.